Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen bei mir in der Budgetlounge. Ich habe bei der Susan bestellt und gerade eben, gerade eben war die Post da und hat es gebracht. Ich habe den Adventskalender bei der Susan bestellt und aber auch an ihrem Release, sie hat ja jetzt Release, habe ich was mitbestellt und sie hat mir alles zusammen zugesendet, weil ich es natürlich gesagt habe, sie soll einfach warten und mir das einfach alles zusammenschicken. Ich bestelle nämlich dann an ihrem Release und genau das hat sie auch gemacht, denn so ist das Paket auch versichert oder so ähnlich. Ich habe es natürlich noch nicht aufgehabt und natürlich wie immer um die Uhrzeit morgens ist mein Akku leer am Handy, mit dem ich filme. Aber naja, mache ich es nur vorsichtig auf. Die Adressen habe ich abgeklebt. Einfach aus Datenschutz gründen. Und da bin ich echt aufgeregt. Natürlich kann ich den Adventskalender jetzt noch nicht zeigen. Das mache ich dann, wenn es soweit ist, dann nehme ich den jeden Tag einfach mit. Und ja, ich habe davor, wenn ich es hinkriege, aber normal müsste ich es irgendwie hinkriegen, habe ich halt nur nie gemacht, jeden Tag halt einen Short zu drehen und es dann gleich hochzuladen. Das kann eigentlich nicht so schwer sein, oder? So ein Short. Ich muss mal gucken, wenn es soweit ist. Schaut euch das an. Das ist der Brief. Richtig cool. Finde ich toll, dass es ein S ist, weil ich halte Sabrina. So. Oh. Den habe ich nicht bestellt. Oder? Nee. Cool, danke. Boah, ist da viel drin. Okay, also das hier müsste meine Bestellung sein. Und das hier ist... Oh ne, Klammer gab es auch noch. Ach, wie lieb. Dankeschön. Oh, die habe ich auch noch nicht. Cool. Naja, also das gucke ich dann mit dir zusammen an, bzw. ich sage einfach, was was gekostet hat. Und das alles habe ich bestellt. Guckt es euch an. Und das müsste eigentlich alles dazugehören. Boah. Ist das cool? Ich denke schon. Oh je, ich habe so einen grünen gekriegt. Cool. Ähm. Oh, da bleibt irgendwas. Nein. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich bin schon wieder gefordert. Leute. Ich bin schon wieder gefordert. Eieiei. Irgendwie ist das hier kleben geblieben. Ich will nichts kaputt machen. So. Habe es gerettet. Ich weiß nicht. Was ist das alles? Hä? Gehört es zum Adventskalender? Naja. Ich werde es auf jeden Fall... Also das habe ich ja bestellt. Das weiß ich. Das gehört bestimmt zu einem Spiel dazu. Das habe ich auch bestellt. Das habe ich auch bestellt. Das Igelspiel habe ich auch bestellt. Oh Gott. Der Würfel ist ja cool. Oh oh. Was ist denn das? Gehört es auch dazu, Soßen? Gehört es zu der Essprinzessin? Hä? Ich habe doch nämlich angeguckt. Wie ich bescheuert bin. Älger. Ähm. Hä? Okay. Hast du mir da mehr eingepackt, als ich bestellt habe? Du bist ja verrückt. Hä? Ich lüge es gerade nicht. Naja. Okay. Auf jeden Fall. Das ist der Adventskalender. Das machen wir dann im Dezember. Boah. Da könnt ihr euch freuen. Richtig cool. Ich freue mich da schon so drauf. Und mir fällt einfach alles runter. Der Adventskalender ist ausverkauft. Den konnte man bestellen am 1. September. Ähm. Ja. Deswegen macht das jetzt keinen Sinn. Der hat 95 Euro gekostet. Plus Versand. Genau. So. Da da meine Adresse auf der Rechnung auch draufsteht, werde ich das jetzt auch noch kurz abkleben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also seht ihr. Das war der Adventskalender vor Verkauf. Und der hat 95 Euro gekostet. Und ich finde, das ist richtig gut der Deal. Weil 95 Euro, müsst ihr euch mal vorstellen. Das sind ja 24 Türchen, was ich da gepackt habe. Das ist richtig verrückt. Geteilt. Und das sind ja auch noch Gebühren und Stellen, was ihr alles bezahlen müsst. Geteilt durch 24. Das sind gerade mal 3,96 Euro pro Sache, die da drin ist. Das ist echt richtig gut. Also verrückt. Das ist richtig verrückt. Richtig, richtig, richtig verrückt. Ähm. Und ich freue mich mega drauf. Wurklich. Ha. Hallig. Ach, jetzt ist da auch nochmal. Naja, egal. Dann tue ich es einfach nicht. Nein, nein. Hier habe ich meinen neuen Budgetband. Da kann ich das auf jeden Fall dann schon mal aufheben. Den hatte ich mir bei Temo bestellt. Da war der richtig günstig. Der hat nicht mal 7 Euro gekostet. Also Temo. Bin echt überzeugt mittlerweile von Temo. Ich habe das einmal bestellt und fand es richtig mega. Also das erste ist der Fluch der Eiskönigin. Ich tue das mal hier. Genau. Ich tue die mal in meinen Cash-Stuffen ständig rein. Dann habe ich es vielleicht schön in der Übersicht. Oh, Lachgummi ist lecker, lecker. Schmeckt gut. Das kann ich ja essen. Voll gut. Das ist übrigens alles unbezahlte Werbung. Ich habe mir das selber gekauft. Servo bezahlt von meinem eigenen Geld. Hä, das ist voll viel. Habe ich so viel bestellt? Nie im Leben habe ich das alles bestellt. Hä? Also erst einmal. Oh, ein Sticker habe ich auch gekriegt. Cool. Also einen Pflanzensticker. Ja, das passt auf jeden Fall zu den Stickern, die ich schon habe. Da mache ich irgendwann. Ich habe ja auch so grüne Swashi-Tabs. Können wir dann im Frühling mal machen oder im Sommer. Und Weihnachtlichen. Oh, lebt Kuchenhaus. Oh, cool. Den tue ich jetzt direkt vor den Geist. Als nächstes kommt er. Oh, Nussknacker. Cool. Und ich schmeiße es mal wieder auf den Boden. Ich halte, wenn ich es nicht auf den Boden geschmissen habe, dann... Also der Nussknacker, den tue ich auch mal hier hin. Und noch mal eine Blume. Ach, das ist cool. Zusammen ist das cool. Doch. Zusammen ist das cool. Alleine ist das ja ein bisschen aber so. Doch, das kann ich mir vorstellen. So, also. Vielen Dank. Ach, noch mal einen. Boah, nee. Der ist schön. Okay, der ist richtig schön. Das ist genau meins. Eule. Das gab es bestimmt für das Eulenlieben-Dings da. Wie heißt es? Für die Eulenbücher, liebe Eulen... Ich würde... Kannst du mir noch nicht merken. Also, vielen Dank für deine Bestellung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Spielen sparen. Wenn du zufrieden bist, würde ich mich über eine Bewertung bei Etsy freuen. Boah, das tut mir voll leid, geil. Ich mache das immer gar nie. Naja, das ist nicht böse gemeint. Meine Bewertung ist halt mein YouTube-Video. Ich hoffe, das ist auch okay. Ich darf nicht vergessen, das ist irgendwie zu verlinken. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest oder ein Hashtag dazu setzen, findest du mich hier. SusanLives, gemeinsam sparen. SusanLives, also bei Instagram heißt es SusanLives. Gemeinsam sparen bei YouTube und SusanLives. Das ist ja ihr ältere Kanal, SusanLives, den gibt es ja schon echt lang. Das hat sie schon ewig. Dann auf TikTok heißt sie gemeinsam sparen. Und dann bei Twitch noch www.twitch.tv, Pilzpfanne, Deluxe. Da geht es ja dreimal in der Woche, glaube ich, online oder zweimal. Auf jeden Fall ist sie da immer sonntags und das macht immer richtig Spaß, dazu zu gucken. Genau, und dann hat sie ja noch Patreon. Da folge ich ja schon. Ich bin da eine Luftschlussbauerin. Und da gibt es einmal im Monat immer eine kostenlose Downloaddatei. Okay, das kann man sich aber selber entscheiden. Also da gibt es unterschiedliche Mitgliedsbeiträge. Und je mehr man natürlich bereit ist zu bezahlen, desto mehr hat man dann natürlich auch zum, wie heißt es, bekommt man dann halt auch zurück. Ja, bekommt man viele Infos und sie schreibt eigentlich echt mindestens alle zwei, drei Tage. Manchmal nur einmal in der Woche, aber manchmal auch, je nachdem was es ist, manchmal auch jeden Tag schreibt sie was rein. Okay, also jetzt bin ich mal nicht zu viel verraten. Ich such mal der Fluch der Eiskönigin raus. Hm, der Fluch der Eiskönigin. Oh, nee. Das ist alles. Boah, guckt euch das an. Okay, also. Das da ist das Spürbrett. Das Spiel kostet 19,90 Euro. Das hat sie zum Beispiel auch gefragt bei Twitch, weil sie sich so schwer getan hat mit dem Preis und es eigentlich nicht so 20 Euro ansetzen wollte. Aber guck mal, was da dabei ist alles. Und wir dann alle, wie wir halt ein bisschen soßenverrückt sind, gesagt haben, sie kann da ruhig 20 Euro für verlangen. Schaut mal. Das alles ist da dabei. Das ist doch Wahnsinn. Ähm, weil woanders ist nicht so viel dabei und kostet dann auch 25 Euro. Ich weiß noch, dass ich mir damals dieses Bibbidi-Bobbidi-Boo-Spiel gekauft hatte. Und es hat damals auch über 20 Euro gekostet. Ich meine, es hat 23 Euro oder 24 Euro gekostet, weil diese kleinen Kärtchen dabei sind. Klar, das ist viel Arbeit. Aber sonst ist zum Beispiel bei dem Spiel ja nicht viel dabei. Und das ist wirklich richtig viel. Also der Fluch der Eiskönigin. Schaut mal, wie schön. Herrlich. Ich lese es auf jeden Fall mal vor. Die Ländereien der Winterprinzessin wirken still und leer. Die Eiskönigin hat das Königreich von Prinzessin Celeste verzaubert und will sich selbst ein noch viel kälteres Königreich erschaffen. Hilft der Prinzessin und befreie das Reich von dem Fluch der Eiskönigin. Dir zur Seite stehen Celeste, ihr Beschützer Raoul, eine magische Kutsche und verzauberte Schuhe. Bist du bereit für das Abenteuer? Dann gibt es hier die verschiedenen schönen, echt wunderschönen Ereignisfelder. Und wenn du alle Challenges abgeschlossen hast, kannst du die Eiskönigin herausfordern. Und nimm dir die dazugehörige Karte und befreie das Land von dem eisigen Fluch. Okay, also das hier werde ich jetzt mal nicht so genau durchlesen. Auf jeden Fall gibt es hier. Hier ist Stadt. Und, boah, das sieht auch richtig fies aus. Guck mal. Ja, da kann man auf jeden Fall einfach laufen, wie man will, denke ich. Ähm, dazu gehormt ein laminierter Tracker. Der ist doppelseitig. Da hat man richtig viel Platz zum Schreiben. Das ist, der man auf die Schuhe kommt. Eine Abstrich-Challenge mit diesen Fläschchen. Und das ist auch nicht so teuer. Das geht echt. Ach, hinten auch noch. Okay, hinten ist es ein bisschen teurer. Die verzauberten Schuhe. Soll ich das vorlesen oder nicht? Nee, oder? Nee, nee, nee. Das machen wir dann, wenn wir es spielen. Es soll ja noch ein bisschen Geheimnis bleiben. Boah, guckt euch diese Kutsche an. Ich weiß nicht, wie findet ihr die? Hm. Mir gefällt auch, dass die Rubbelsticke unterschiedlich groß sind. Hier, wo hat ein großes und da ein kleines. Schön. Auf jeden Fall eine Rubbel-Challenge. Und hinten drauf die magische Kutsche. Ah, da guckt mal. Da gibt es wahrscheinlich dann noch unterschiedliche Felder, wie man das aufrubbelt. Und die sind dann unterschiedlich wert. Also unterschiedliche Beträge wert. Dann gibt es noch den Wolf. Wolf wie Wolf wie Wolf. Mit ganz, ganz vielen. Das ist das, das sind wir für ein Verlangen beschäftigt. Ist das der Raoul? Ja, Raoul ist ein magisches Wesen. Okay, das ist also der Raoul. Und dann gibt es noch ein Labyrinth. Ich komme ja irgendwie meistens nicht auf die Labyrinthe. Egal bei welchem Spiel. Immer komme ich nicht auf die Labyrinthe. Und das hat sie ein bisschen gemein gemacht. Das sieht irgendwie nach nichts aus. Aber man muss nämlich diese Flammen einsammeln. Und die sind immer in der Sackgasse. Das heißt, man muss wirklich das gesamte Labyrinth ablatschen, damit man das fertig bekommt. Und diese lässt wunderschön, die Frau. Ganz toll. Ja, und das ist richtig starkes Papier. Das ist 250 Gramm Papier. Und da muss man nämlich rechnen. Bella ist Königin. Genau. Also das ist auf jeden Fall das erste Spiel. Mega schön. Das hefte ich direkt ein. Und die Größe perfekt. Passt perfekt. Passt perfekt. Das gibt einfaches Denbein, wo die neuen Sachen von den Soßen reinkommen, damit, wenn ich was haben will, das halt immer rausnehmen kann. So, dann habe ich den Coolcenter bestellt. Ja gut, ich habe einfach schon viel bestellt, gell? Muss man einfach mal sagen. Wo ist das denn? Äh? Leute, da der Coolcenter. Oh, hier auch noch. Da. Hab's. Hab's gefunden. Dann schaut mal. Coolcenter. Duell der Santa Claus Brüder. Unlaminiert und geloch. Drei Spar-Challenges mit zwölf Rubelstickon. Kostet zwölf Euro neunzig. Jetzt habe ich bestimmt die Rubelsticko unterwegs verloren. Äh? Mit? Ne, doch Rubelsticko, genau. Das ist jetzt nichts dabei, gell? Hab da jetzt nichts verloren, oder? Ne, das gehört nämlich zu denen. Genau. So. Ah, das hier. Die ganzen Würfel. Die lasse ich einfach mal drin. Und voll cool, dass ich ein Stiftgeschenk gekriegt habe, glaube ich. Den habe ich nicht bestellt. Okay, also Coolcenter. Da ist auf jeden Fall eine laminierte, äh, ein laminierter Tracker dabei. Farblich passend. Ich finde den so cool. Die sind so cool. Ne, die sind genau meins. Coolcenter. Wer ist der coolste Santa in town? Natürlich der, der die meisten Geschenke an die Kinder verteilt. Dachtest du wirklich, Santa bekommt das alleine hin? Er hat natürlich mehrere Zwillingsbrüder, sonst wird das nämlich nichts. Würfel mit zwei Würfeln und kreuze bei allen drei Centas das Feld an. Du sparst also pro Runde dreimal. Der Santa, der als erstes alle Geschenke ausgeliefert, also abgekreuzt hat, ist dieses Jahr die Nummer eins. Dann gibt es den blauen. Also ich hoffe, ihr habt verstanden, wie das geht. Ähm, man muss mit zwei Würfel würfeln und dann fällt ja oben eine Zahl. Und dann muss man bei allen drei gucken, was da los ist und das dann sparen. Und derjenige, der halt zuerst alle Geschenke abgestrichen hat, der hat dann gewonnen. Ein Geschenk ist ein Rubbelfeld. Finde ich super. Wo gibt es denn diese kleinen Rubbelsticko? Sind es die 8 Millimeter? Oder ich glaube, die hätte ich auch gar mal noch. Muss ich mal gucken. Die finde ich auch richtig cool. Also das hat auf jeden Fall 12,90 Euro gekostet. Und auch das werde ich jetzt einhüften. Da freue ich mich schon sehr drauf. So, als nächstes habe ich mir Magnet Teddy Liebe, das ist ja eine B-Ware, bestellt. Den habe ich hier und da habe ich doch den dazu geschenkt bekommen. Den süßen kleinen Pinguin, der ist so süß. Den habe ich nicht bestellt. Nee, voll lieb, danke. Ich hatte den nämlich zuerst in meinem Warenkorb drin. Aber dann war das so teuer und dann habe ich gedacht, nee, dann gibt es den, wenn es den da noch gibt, gibt es den halt das nächste Mal. Und ich habe auch Süßes bekommen. Lecker Schmeck. Oh, die Tüte hebe ich mal auf. Ich bin ja jemand, da muss ich mal sowas aufheben. Die kommen vorne bei Omya Mio an den Stromkasten. Der ist nämlich bei uns aus Metall. Und da tue ich die mal hin. Guck mal, wie hübsch. Sie hat nämlich mal gefragt, sie würde gar noch mal vielleicht Magnete machen. Und dann hatte ich reingeschrieben bei Patreon, dass ich dieses Bild von dem Teddy so schön finde. Und dann hat sie gemeint, ja, aber die kommen halt immer als B-Ware an, weil die halt immer irgendwas haben. Und dann habe ich geschrieben, ach egal, probier es doch noch mal. Und die sind halt B-Ware, weil hier an der Seite schaut. Und man sieht die Markierungen vom Drucker. Aber, ja, also man sieht es nicht wirklich, oder? Hier ein bisschen an der Seite, das ist aber nicht schlimm. Und diesmal ist da ein Seil perfekt gekommen. Also vielleicht, die ist da auch die Markierung vom Drucker, aber wahrscheinlich ist das halt bei denen einfach so. Aber wenn man die so hat, dann sieht man das nicht. Und es ist richtig süß, das Bild. Schaut mal. Einfach total putzig. Dankeschön, dass du mir den geschenkt hast. Das ist wirklich lieb. Ich hatte den nämlich erst im Warenkorb und dann habe ich ihn wieder rausgeschmissen. Guck mal. Ich stelle jetzt mal da hin und dann tue ich sie später. Also einen, der hier kostet 2,50 Euro, weil der B-Ware ist. Und der hier, der kostet eigentlich mehr. Das ist voll lieb von dir, dass ich den B-Ware kaufe und den 1a Geschenke kriege von dir. Danke, Susan. Wirklich. Das ist echt lieb von dir. Dann habe ich das Drachen-Lady-Set bestellt. Und zwar habe ich ein Deckblatt als Set oder einzeln zu kaufen. Plus ein, ich habe das nämlich bestellt, das hier. Das Drachen-Blut. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 8 Lose dabei. Das ist bestimmt das 1, 2, 3, 4. Das müsste es sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Das reicht nämlich dann mindestens 2 Monate. Das ist die. Guck mal, wie wunderschön das ist. Also das kostet 4,20 Euro. Und hinten ist das mit Tracker. Da kann man natürlich dann den Sparbetrag selber ausrechnen und aufschreiben. Weil das ist natürlich variabel. Durch das, dass das ja los ist. Das freut mich auch sehr. Also mega schön. Boah, guck dich die an. Die Farben. Ja, so eine Figur hätte ich ja auch gerne. Also überhaupt, die Teil ist ein bisschen übertrieben. Aber egal. Das hat sie ja schon länger im Shop. Das ist ja jetzt nicht neu. Aber ich hatte da... Ich habe ja so viele Sachen, Leute. Ich habe so viele Sachen. Und dann habe ich gedacht, nein, ich bestelle es jetzt nicht. Aber da es es jetzt immer noch gab, konnte ich jetzt nicht anders. Und dann habe ich mir eins mitbestellt. So, dann habe ich mir das Moonlight Castle bestellt. Und zwar ist es das hier. Das hat sie auch Patreon gefragt gehabt. Sie wollte nämlich was mit Wölfen machen. Also nicht, dass es jetzt meine Idee gewesen wäre. Das sage ich jetzt nicht. Aber ich habe ihr dann drunter geschrieben, weil sie dann gefragt hat, ihr was Süßes oder was nicht so Süßes. Und dann hatte ich drunter geschrieben, ob sie da nicht irgendwas... Weil sie würde irgendwas mit Gestaltwandler machen. Ob sie da nicht irgendwas machen kann, wo halt dann irgendwelche Geheimnisse sind und so. Und das hat sie draus gemacht. Schaut mal. Also wir haben da auf Patreon... Doch, auf Patreon haben wir da alle diskutiert, wie wir da Patreon-Mitglieder sind. Und das hat sie dann draus gemacht. Aus der gesamten Unterhaltung. Das ist nicht von mir alleine. Sondern das haben ganz viele halt verschiedene Sachen drunter geschrieben. Und das hat sie dann draus gemacht. Voll toll, oder? Also das ist ja auch was... Susan hat irgendwie so einen Geschmack, der gefällt mir persönlich sehr. Immer so ein bisschen Vintage. Ganz toll. Luna ist die rechtmäßige Erbin von Moonlight Castle. Ihre Eltern starben bei einem Jagdunfall, was Luna schon immer etwas seltsam fand. Denn sie und ihre Eltern sind Wehrwölfe. Zu ihrem 21. Geburtstag wird Luna Millionenerbin und sämtliche Ländereien von Moonlight Castle erben. Doch die Gräfin Blackrock hat andere Pläne mit der jungen Gestaltwanderin. Seit Jahren hat sie sich immer wieder als vertraute Beraterin der Familie engagiert. Und kann Luna ihren finsteren Plänen entkommen. Und das hat sie dann so gemacht, dass es jetzt guckt, das erste Kapitel. Das ist dann, ja, Geschichte halt. Aber die lese ich jetzt nicht komplett vor. Mit verschiedenen Robelfeldern. Das zweite Kapitel muss man dann in den Brief machen. Aber auch das war jetzt nicht hier jetzt dieses Mal beim Release dabei. Ich habe, deswegen sage ich auch immer, oh, so toll, so toll, so toll. Ich habe mir natürlich nur die Sachen von meinem eigenen Geld bestellt, die ich halt echt mega fand und die ich wirklich unbedingt haben wollte. Und Sachen, die jetzt halt für mich jetzt nur so nett zu haben sind oder halt auch, ja, ist auch hübsch, die habe ich jetzt halt diesmal nicht mitbestellt, weil das echt auch schon richtig teuer geworden ist sonst. Und 13,90. Und ich brauche ja auch Geld, um das alles zu besparen. Kapitel 3 ist dann der Duke. Guck mal, wie hübsch das ist. Der ist doch hübsch. Also ich finde den hübsch. Ja, doch, den finde ich hübsch. Und irgendwie ist es total dunkel heute. So, also heller geht mein Licht nicht. Irgendwie ist es richtig dunkel heute. Ich hoffe, es geht so. Und bei Kapitel 4 ist es dann der Kampf. Da habe ich jetzt bestimmt irgendwo den Tracker übersehen, oder? Ja, klar. Da ist auch ein laminierter Tracker mit dabei. Wie immer. Und den mache ich zuerst da rein. Ja, das wird mir aber erst nächstes Jahr wahrscheinlich bespielen. Aber es kann ja sein, dass es es dann nicht mehr gibt. Und dann kann ich es auch nicht mehr bestellen. Deswegen habe ich das jetzt mal bestellt, dass ich es da habe. Das wird auf jeden Fall erst nächstes Jahr mal bespielt. Das ist aber ja unabhängig. Dann habe ich mir die Bücheräule bestellt. Für 3,90 Euro mit Rubbelstickern. Und die fand ich auch so süß. Also das sind ja richtig schöne Formen. Und Eulen mag ich ja sowieso. Und bestimmt habe ich deswegen diesen schönen Eulensticker gekriegt. Der passt farblich wirklich perfekt dazu. Ha! Also ich habe echt diesmal richtig schöne Sticker bekommen. Danke Susan, die hast du schön rausgesucht. Bücheule. Vor allem, wo sie die immer her hat. Richtig toll, die Sticker. Schauen wir mal. So. Genau. Also steht da, was da zusammenkommt? Sparbetrag? Ne. Sammle alle Bücher ein, damit die Bücheräule endlich wieder neues Lesefutter bekommt. Spare beide Beträge oder nur einen von beiden. Ach so, deswegen ist das offen. Stimmt. Das ist nämlich mit zwei Sparbeträgen pro Robelfeld. Finde ich aber gut. Dann kann man sich es raussuchen. Oder man kann beide sparen. Oder die Quersumme. Oder gucken wir einfach mal, wie man es denn machen. Dann habe ich mir die Weihnachtsbäckerei bestellt. Das fand ich auch richtig toll. Weil das kann man als Adventskalender benutzen. Es sind nämlich 24 Punkte, die man aufkleben kann. Das ist auch nicht so teuer. Das kommen aber trotzdem 60 Euro zusammen. Und also das würde ich gerne im Dezember machen. Den grüße ich dann natürlich auch. Ja, da gucken wir mal, wie wir das machen. In der Weihnachtsbäckerei braucht man deine Hilfe. Dekoriere das letzte Plätzchen. Klebe 24 Punkte Zuckerperlen auf das Weihnachtsbäumchen. Und lass es dir schmecken. Spare insgesamt 60 Euro. Frohe Weihnachten. Vielleicht nehme ich einfach die Halloween-Sachen raus. Könnt ihr mir mal bitte in die Kommentare schreiben, ob das für euch okay wäre, wenn ich die Halloween-Sachen schon wieder rausnehme. Aber Halloween kommt ja nächstes Jahr wieder. Und ja, oder? Kommt ja nächstes Jahr wieder. Also geht ja nicht verloren. Ich heb's dann auf. Dann machen wir's halt nächstes Jahr. Dann nehmen wir nämlich lieber die Weihnachts-Sachen auf. Und ich spiele ja alle meine Halloween-Spiele jedes Jahr immer wieder. So, genau, das kommt dann hier rein, das Deckblatt hinten drauf. Richtig viel Platz. So, wie viel sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, sechzehn Stück. Ja, aber da macht wohl wahrscheinlich auch mehrere, weil die einen Euro zum Beispiel, die kann man ja auf einmal abkleben. Ja, das wäre unnötig, wenn man da 24 macht, das wäre Quatsch. Dann würde die dann so eng werden, dass man nicht schreiben kann. So, ähm, das hat mich gekostet, die Weihnachtsbäckerei, sechs Euro und neunzig. Weiter geht's. Boah, guck mal, der ist voll dreckig. Der kam schon so. Der Umschlag ist voll dreckig, das ist nämlich neu. Öh. Was ist denn da los? Öh, das ist irgendwas drin. Das sieht so toll aus. Naja, egal, ich bin es dann trotzdem, was soll's. Gar nichts dafür, da kam es schon so. Ähm. Als nächstes kommen die Wintertiere. Die habe ich nämlich auch bestellt. Doch, ich habe schon viel bestellt. Ähm, das ist ein Set. Im Set kostet es 14 Euro. Und schau mal, wie schön. Winterwolf. Tombola, schreibe deinen Sparbetrag in die Pfoten. So, das hier ist der Winterwolf. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, lose. Die sind echt schön. Die passen gut, finde ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Perfekt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht. Genau. Wunderbar. Nee, den nehme ich nicht. Ich finde die eklig. Wartet, ich habe hier noch andere. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Oh, habe ich natürlich das jetzt vergessen, Palotto. Mach mal das da rein. Lose Tütchen. Ähm. Dann habe ich noch den Schneehasen. Und das finde ich auch toll. So was liebe ich ja. Der Schneehasen sucht überall nach Nahrung. Hilfe bitte bei der Suche. Sparbe pro Buchstaben ein Euro. Es ist versteckt. Zellerie, Rübe, Rote, Beete, Grünkohl, Eichel, Würstchen, Fenchel, Apfel. Boah, nee. Das ist alles, was er da drin versteckt. Okay. Ich sehe schon den Würstchen, den Grünkohl. Okay, ich muss da. Ich darf nicht hingucken. So was springt mich nämlich immer an. Weiß auch nicht warum. 55 Euro ist auch ein angenehmen Sparbetrag, finde ich. Auf jeden Fall wie schöne Wintersachen, oder? Und der Igelbesuch. Ah ja, bei den darf man nämlich die Lose dann ziehen. Würfel mit zwei sechsseitigen Würfeln und spare den Betrag. Immer wenn der Igelbesuch bekommen hat, kannst du ein Losziehen. Spare 50 Euro plus fünf Lose. Ja, das mag ich auch sehr. Also das ist ja, wenn das Lady Eleanor Sett fertig ist, dann mache ich mit dem vielleicht weiter. Das müsste eigentlich bald fertig sein, das Lady Eleanor. Ah, guck mal, das ist noch ganz neu. Das tue jetzt auch mal auf die Seite. Und da habe ich sogar noch einen mit Kleber. Halt, da habe ich auch vergessen, das reinzumachen. Ich sehe, oh je. Du dürft mir gar nicht mal schreiben, was euch davon auch gut gefällt. Habt ihr da auch was bestellt? Oder bin ich so okay, dass ich schon wieder Sachen bestellt habe? Dann habe ich noch den Pegasus. Das ist eine Ruhrwild Challenge. Sie hat ja auch gesagt, eigentlich sind das ja zwei und es müsste eigentlich Pegasi heißen. Pegasusi, Pegasi, Pegasi, Pegasusi, 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 Pegasusi ist es, glaube ich. Doch, das hat sie gesagt. Sparbeträge von drei bis neun Euro. Insgesamt kommen 60 Euro zusammen. Das ist auch echt schön. Und ich mag diese Rubelstickor, diese Diamantik haben. Das ist meine Lieblings-Rubelstickor. Die finde ich am schönsten. So, dann habe ich mir noch bestellt, wie ihr seht, das Deckblatt von Happy Halloween. Genau, und zwar so rum. Das gibt es nämlich noch so rum. Aber ich habe es mir so rum rausgesucht, weil ich dieses Schloss so toll finde. Und diese Farbe hätte jetzt vielleicht hier gut reingepasst können. Aber das soll ja mein Winterbein nur werden. Ich mache es jetzt mal hier rein, dass es nicht kaputt geht. Das hat für mich vier Euro gekostet. Und alles, was jetzt kommt, hat sie mir geschenkt. Oh nein, ich gehe mal kurz einen Schluck trinken. Und dann ziehen wir uns gleich wieder. Ich kriege nämlich einen ganz trockenen Hals. Also zugegebenermaßen ist es auch ein bisschen doof, wenn man sich hier hinsetzt, ein Video dreht. Weißt du, man stellt Sachen vor von einem ganz tollen Shop und dann hat man nichts zu trinken dabei. Gleich besser. Also das ist eine Rubbel Challenge. Von dem... Oh, sagt's mir, wie heißt das? Von ihrem Herbstset. Das hatte ich übrigens auch immer im Ohrenkorb. Das Herbstset. Aber ich habe es ihm auch rausgetan, wenn ich gedacht habe, ne. Jetzt ist der Herbst vorbei, jetzt bestellst du die Wintersachen, die neuen. Und das ist auch... Oh, ich liebe ja Rubbel. Ich liebe ja Rubbel Challenges. Das ist ja meine Lieblings... Das sind meine Lieblingschallenges, ja. Doch. Boah, das sieht so toll aus. Und diese Sticker, die sind dunkelrot. Wo hat sie die her? Die, die ich habe? Die sind bei mir so knallrot. Die sind richtig toll von der Farbe. Ganz mega. Die passen ganz, ganz bis... Also braunrot sind die. Die passen richtig gut. Habs Geflüster. Große Rubelfelder spare den Betrag deiner Wahl oder die Summe dabei. Beträge. Danke, das ist voll lieb von dir. Boah. Es sind auch richtig viele ein und auch diese ganz kleinen. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo finde. Das hätte ich auch echt gar nicht... Vielleicht gibt es die auf Etsy. Muss mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn sogar. Boah, boah. Oh, ist so schön. Danke, das ist voll lieb von dir. Voll lieb. Gut, zugegeben, ich habe auch ja den Adventskalender bestellt. Nein, ich will jetzt nicht kleinreden. Moment. In dem Adventskalender hat sie sicherlich nicht viel verdient. Wir haben ja ausgerechnet 3,98 Euro oder 6,99 Euro. Das hat sie gerade mal, bekommt sie pro... Also das lohnt sich fast nicht, oder? Sie muss davon Steuern zahlen, Etsy-Gebühren und die Druckerei und da ist die Arbeitszeit vom Ausstellen. Sie hätte laute Sachen reingepackt, die es sonst nicht gibt. Also, puh, richtig krass. Und das hat übrigens 85,50 Euro gekostet. Ja. Das Drachenklot. Das Drachen... Warte mal, ich habe hier noch... Kürtest du Moonlight Castle, ha? Hehe. Ich habe es gerade geschnallt. Oh, wie ist Moonlight Castle? Da, der Kampf. Da, kürtest du zu. Zieh einen los. Bestimmt habt ihr schon geschrien. Ja, aber wenn... Boah, nee. Das ist so viel und so schön. Und... Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Da, finde ich super. Echt ohne Witz, das finde ich richtig... Ah, das ist auch schön. Drachenglut. Das ist die Klappkarte. Die hatte ich auch drin im Warnkorb. Warte mal. Nee, die habe ich aber nicht bestellt. Die habe ich mir auch wieder rausgeschmissen. Und habe mir gedacht... Hm, dann kaufe ich sie mir vielleicht das nächste Mal. Hast du das gewusst, oder wie? Oh, das sieht so toll aus. Guckt euch das an. Ja, meine schwarze Seele, die schreit da richtig. Geil. Die Lose. Äh, die Lose. Ja, gut. Die braucht es ihm ja nicht schenken. Die sind keine, oder? Die sind keine Lose. Habe ich die jetzt verbummelt? Leute, habe ich die noch da drin? Ich habe sie nicht gesehen. In der Kalender. Moment, ich muss noch mal kurz gucken. Nee. Aber das macht doch nichts. Ich habe die Lose. Voll cool. Ich habe sie nicht verbummelt, oder? Ich habe die Lose jetzt nicht verbummelt. Nee, habe ich nicht. Falls doch, schreibt mir bitte, 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 schreibt mir. Falls ich jetzt die Lose verbummelt habe. Wo ist denn das andere Drachen Lady, Mädel? Da habe ich nicht. Die habe ich doch gestört mit den Losen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nee, das ist schon die. Also dann sind da wahrscheinlich keine Lose dabei, oder? Bin ich bekloppt? Äh, nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht das umsonst gekriegt habe. Aber das macht ja nichts. Nur, dass ich nichts übersehe. Weil wenn, das ist immer so peinlich, wenn man dann das Video selber schneidet. Stellt euch vor, ihr sitzt hier und freut euch vor eures Lebens. Und dann schneidet ihr nachher das Video und dann denkt ihr die ganze Zeit, da liegen sie doch. Genau da, da, guck doch endlich mal da hin. Das ist mir nämlich schon so gegangen. Ey, ich sag's euch, das ist wirklich, das denkt manchmal, das ist bescheuert. Oh, das sieht toll aus, wirklich. Hi, ich bin's nochmal. Ich hab sie gefunden. Sie lagen auf dem Boden. Ich hab's auch auf dem Boden geschmissen. Ja, auf jeden Fall, sie sind da. Ich hab die Lose gefunden. Und danke, Soßen, dass du mir tatsächlich Lose zu einem geschenkten, ähm, zu einer geschenkten Klappkarte dazu gepackt hast. Das habe ich echt nicht erwartet. Also, es tut mir wirklich leid. Ich hab sie gefunden. Ich hab sie auf den Boden geschmissen. Beim Auspacken. Ähm, ja, das ist wieder typisch. Ich schmeiß immer alles auf den Boden. Fragt mich bitte nicht, warum. Wie peinlich. Ich hab's doch auch noch gesagt. Ja, das ist wieder typisch. Das ist wirklich typisch. Also, schaut. Alles ist da. Alles ist gut. Und ich hab's geschenkt gekriegt. Schaut euch mal, das sind so viele Lose. Wahnsinn. Ganz toll, wirklich. Noch mal vielen, vielen, vielen Dank an die Soßen. Ähm, ich bin einfach sowas von verplant. Ihr könnt, also, ja gut. Ihr könnt's euch vorstellen, ihr kennt mich ja, oder? Also, jetzt Abo. Tschüss, 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 tschüss. Genau, genau richtig von den Farben. Ganz toll. Dankeschön. Ich freu mich, ich freu mich. Ach, das ist so toll. Und was denkt ihr, was alles im Adventskalender drin ist? Das sind 24 Sachen auf jeden Fall drin. Ähm, was ihr da wohl alles reingemacht habt? Ich bin, ich bin wirklich sowas von gespannt, ob der nachher nochmal zugeht. Ich weiß es nicht. Und ob ich hier genug von den, von denen hier hab, weiß ich auch nicht. Also, dann ist hier noch eine Mini-Challenge. Das ist die Dankeschön-Challenge für eine Bestellung. Ich glaub, bis 15 Euro oder so. Und die ist cool, oder? Ja, die kann man mal mitnehmen. Und so durchfestbauen. Die mach ich auch mal kurz hier rein. Und das ist die andere Dankeschön-Challenge. Die gibt's, wenn man ab 15 Euro bestellt. Ähm, da kann man einfach in die Briefumschläge reinwürfeln. Mitten im weihnachtlichen Motiv. Und auch das, das strahlt so eine Ruhe aus. Lege pro Briefumschlag einen Betrag deiner Wahl in deinen Spartopf. Wie viele Weihnachtswünsche kannst du damit wohl füllen? Genau, also ich würde jetzt einfach überfüllen. Weil ich kann mich ja immer nicht entscheiden. Ja, ich würde einfach einen Würfel schnappen. Und dann gebe ich ihm. 4 Euro in dem Fall. Da könntet ihr ja auch zum Beispiel eine Würfel-Würfel nehmen. Dann kommt mir dabei raus. Ich hab zum Beispiel schon mal für meinen Urlaub gespart. Und da hab ich dann sowas benutzt. Natürlich nicht mit Weihnachtsmotiv. Aber mit einem sommerlichen Motiv. Und hab mit einem Strand. Und hab dann mit einem 20er-Würfel gewürfelt. Da kommt dann natürlich noch viel für mir dabei raus. Viel mehr. Ja, je nachdem was man halt würfelt. Aber es kann natürlich auch nicht 20 Euro rauskommen. Also, so. Und dann ist da noch... Ach, sieh, schaut mal. Das Deckblatt, das gab's ab 50 Euro, meine ich. Und das ab 30. Das kommt gleich zu meinen Postkarten. Das kommt nicht da rein. Und das Deckblatt hier. Das mach ich jetzt irgendwo in die Mitte, damit es nicht verknickt. Bis wir's dann benutzen. So. Warte, ich's dann benutze. Und ich würd sagen, jetzt gucken wir noch einmal da durch. Und dann guck ich mal mit den Würfeln. Ah, das ist ein roter. Hey Leute, das ist ein roter. Vierer Würfel. Ich hab noch keinen roten. Ich hab noch keinen roten. Ich hab einen schwarzen, einen gelben, einen rosa. Und jetzt hab ich auch einen roten. Guck mal, ich freu mich voll. Das ist nämlich der Stift. Den hab ich schon mal wieder bestellt. Der ist richtig toll. Ich hatte mir mal... Die bin... Ja, die hab ich mal von Städtler. Ja. Schicken lassen bei Amazon. Aber ich muss sagen, dass die von Faber Castell was es sind. Danke, dass ich einen neuen gekriegt hab. Danke. Den kann ich auf jeden Fall gebrochen. Den tue ich hier zu meinen Farbstiften. Hier an die Seite. So. Jetzt gucken wir mal da rein. Und schaut mal, da ist auch auf jeden Fall ein bisschen Deko. Die Schnee flogen sind auch schön. Die knall ich hier zu. So langsam wird es hinterlich hier. Einen Ton mal da rein. Einen Ton mal da reinkommen. Ich tu das mal hier hinlegen. Und das ist ne... Oh, der ist schön. Der ist so Burgunder. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich freu mich. Ach, könntest du vielleicht das es sehen? Wir hatten das jetzt gerade geleuchtet. Naja. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Einen Farbwürfel. Oh, das hatte ich bis jetzt auch noch keinen. Ich bin mal gespannt, für was wir den brauchen. Und zwei kleine Würfel. Ich habe schon ganz viele von denen. Oh, hört mal. Was ist denn das für ein cooler Würfel? Nein. Das ist cool. Da geht bestimmt noch super hier. Jawohl. Oh, nee. Susan, das ist klasse. Ich brauche keinen anderen Wurfel mehr. Ah, ah. Hammer. Das habe ich noch nie gesehen. Voll cool. Ah, ah. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das gibt es nicht. Das ist perfekt für den Würfel drum. Jetzt haut es ihn bestimmt nicht mehr raus. Bin mal gespannt. So, dann habe ich hier ein Magneten. Und das suche ich jetzt mal kurz. Das Tütchen hebe ich natürlich auch auf. Das tue ich nicht. Das hebe ich immer auf. Irgendwo. Das schmeiße ich nie weg. Ich weiß nicht, das kann ich nicht wegschmeißen. Das hat Geld gekostet. Das wurde hergestellt. Ich schmeiße sowas erst weg, wenn es kaputt ist. Das benutze ich auch wieder. Und da kann man Sachen drin verschenken und Kleinigkeiten aufbewahren. Und also bei mir fliegen die überall rum. Mein Mann kriegt manchmal die Krise. Aber mit mega. Ist mir egal. Ja. Da gehört auf jeden Fall nicht zu. Da auch nicht. Boah. Ich freue mich so. Das ist richtig toll. Schaut mal. Das hier. Ach, da gehörst du zu. Genau. Mensch. Aber für was sind diese coolen Würfel? Ist das echt für das Spiel? Gehe jetzt zur Challenge. Ich muss es doch mal durchlesen. Die verzauberten Schulen folgen und Anweisungen. Hast du sie bereits abgeschlossen? Spare 2 Euro. Wer weiß, was da drunter ist. Gehe zur Challenge. Die magische Kutsche. Hast du sie bereits abgeschlossen? Gehe jetzt auf ein Feld an der Wahl. Gehe zur Challenge. Die Beschützer. Okay. Aber für was ist der Vorwurf? Ach, ist das vielleicht für das Gestaltwand plus Set? Dafür ist es ja nicht. Dafür auch nicht. Zum Moonlight Castle ist das vielleicht dafür. Das könnte natürlich sein, dass man das hier braucht. Ich habe mir doch ihr Video angeschaut. Wieso weiß ich das jetzt schon wieder nicht mehr? Mann, ey. Na ja, wir werden es dann feststellen. Dafür ist es dann auf jeden Fall die Lose. Ganz ohne Frage. Gut, wir werden es feststellen. Irgendwo. Für irgendwo. Für irgendwo wird es schon sein. Oh, das war so cute. Oh mein Gott. Ich habe total die Schwäche für Nagetiere. Wirklich. Das ist bei mir ganz schlimm. Andere Leute sind ja bei Katzen so. Oder bei Hunden. Oder bei mir sind so Nagetiere. Wirklich. Boah. Oh mein Gott. Das ist so süß. Ich liebe Nagetiere. Wurklich. Und Häschen sowieso. Oh. Ach, wirklich. Ich muss mich jetzt beruhigen. Und ans Telefon gehen. Das klingelt nämlich gerade. Okay, also. Dann habe ich jetzt euch genug abgehalten vom Tag. Boah, guck mal, wie toll. Ja, ja. Ach so, das habe ich noch nicht reingeguckt. Ja, ich bitte. Das hat halt das Telefon geklingelt. Das ist halt immer was. Da ist auch noch ein Würfel drin. Und ein Rentierchen. Ach, das ist so süß. Ach ja. Immer noch ein bisschen Deko. Da, 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 da. So. Da, da. Schöne Farbe, finde ich. Passt gut im Winter. Und nochmal ein Magnet. Okay, nochmal ein Magnet. Das ist gut. Da, da. Ich freue mich. Die esse ich nachher. Aber jetzt nicht im Video. Das ist schon ein bisschen unhöflich. Aber für was ist der Magnet? Bin ich jetzt doof? Für was ist der Magnet? Kann es sein, dass die Würfel doch vom Adventskalender sind? Das ist bestimmt vom Adventskalender. Und da brauche ich dann bestimmt auch irgendwo ein Magnet, oder? Könnt ihr mir das bitte mal schreiben? Susan, wenn du das siehst, schreib es mir bitte mal. Ich weiß auch nicht. Hm. Auf jeden Fall habe ich irgendwie ganz, ganz tolle Sachen. Ich freue mich so. Ach ja. Wisst ihr, was mir fehlt? An dem neuen System, was ich jetzt habe. Sonst hatte ich immer so einen Halloween-Binder. Einen Binder mit mystischen Sachen. Einen Binder mit Bienen. Oder mit Gartensachen. Oder einen Binder mit einfach so gewissen Themen. Und jetzt ist in meinem, ähm, ähm, ja, ist in meinem Binder alles so durcheinander. Weil das jetzt halt nach Spartöpfen sortiert ist. Und ich halt in allen Spartöpfen unterschiedliche Sachen drin habe. Und dann ist in einem Spartöpfe ist halt Halloween und aber auch ein bisschen mehr dazu. Und, äh, das ist irgendwie was. Aber ich habe die Sachen halt alle angefangen. Und deswegen möchte ich, denke ich, auch fertig sporen. Aber irgendwie gefällt es mir einfach besser. Könnt ihr mir gerne mal bitte, schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wie es euch besser gefällt. Jetzt direkt in die Spartöpfe zu sporen. Oder lieber Beinder zu haben. Ähm, bei denen halt, ja, man das einfach besser thematisch sortieren kann. Und auch farblich und so. Schreibt das bitte mal. Aber gut, das lasse ich euch ja wirklich. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.